Das Video, man spritzt, das ist so. Hey, Patrick, du weißt. Wir wissen beide, wie das endet. Wir wissen beide, wie das endet. Oh shit. Mach den Mund auf jetzt hier! WTF? Bin zu nah oder was? Ich kann nicht. Also, hä? Ich kann nicht. Hä? Nein. Die Position ist wichtig. Nein, wir sind getrennt. Oh mein Gott. Werben wir jemals wieder zueinander? Das ist hier die Frage. Vor der Scheidung werden wir doch mal getrennt. Ah, das war jetzt auch richtig lang. Äh, wo war ich? Ach so. Hier. Ah, du musst spritzen. Ja. Ja, und wie probierst du jetzt wieder? An das Rädchen. Okay, du musst an das Rädchen ran. Ja, ja. Okay. Kannst du dich da nicht mit dem Netz ran haben? Nein. Das musst du über mehr drehen, das Ding. Ja. Geht glaube ich nicht, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja, probier es doch mal aus dem anderen Winkel. Vielleicht mehr runter. Ja. Genau. Zieh mich rüber, Baby! Jetzt wieder, oder? Ja. Weg zu ca. Danke für das Rädchen wieder, Spyder. Geht nichts första was! Ich bin sicher Mama, Spyder! Okay, sag ich auch, Mama, dass wir euch ganz gut behandelt haben. Sie ist ihre Mutter. Oh, was eine cute Familie. Ja, es ist egal, wie du dich bezeichnest. In dieser Spezies, die Frau, die Mannschaften töten. Ah, das ist wahrscheinlich, warum sie so glücklich sind. Gut, eine. Haha. Oh. Danke, Frau. Komm, Cody. Danke, Frau. Danke. Das war jetzt eine nette Spinne. Scheiße. What's that flying stuff? Whatever they are, we need to take them out. Okay, here comes the Soutman. Die Mops hier. Du musst ja auch mal einen runterholen. Ja, komm runter. Du weißt, wie gut die Kamera ist, oder? Ja, jetzt ist die Coders. Das ist deine Schuld hier. Ja, okay. Das ist doch mal die Ad. Ach, 800 Ad. Ja, du musst ja mal einen runterholen. Ja, ich krieg's nicht, wenn die Unterkücher rumfliegen. Ja, ich kann dich nicht schön. Ja, ja, Moment. Ich bin für den Ground zuständig. Mal le Moinsen. Also, du kriegst die gar nicht runter, wenn die Kleinen drüben nicht runterfliegen. Kannst du nicht anspritzen? Nee. Man kriegt sie eben nicht runter, wenn die kleinen... Ich bin genau in dem Moment runtergefallen. Hupsi. Hupala. Oh ja. Oh ja, da seh ich mich. Ja, fokussieren wir mal ein. Ja, jetzt kann ich wieder eine Ad. Ja, ja. Ad. Ad. Und wieder den... Der dreht sich halt Ad. In anderen. Mach kurz Ad. Ja, bin da. Ach, es ist wieder Ad. Zu viele Ad. Passiert er wieder alles andere. Und jetzt. Almost dead. Ja. Geht immer eine Zeit. Er dreht sich dann. Und dann kann ich wieder... ...greifen. Ich habe noch mehr, wo das kam von. Woooo! Barney! Oh, shit. More crazy creatures! Oh, nein! Oh, nein! Oh, I know! The plants are way out! Hold them off, Cody! Got it! Oh, shit! Wir hätten ja einen Ding gehabt, einen Kaktus. Oh, nein! Oh, shit! Watch out, crazy critters! The Kaktus man has arrived! Ah, du musst wahrscheinlich füllen und ich muss dich beschützen. He's the thirsty one, but I'm working on it! Oh, god. Die Maus ist wieder super langsam. Keep it away from me, Cody! I don't want to get pricked in the back! Ja, ich bin am kurbeln. Oh, shit! Da ist einer bei dir! What the fuck? Hahaha! He's a wood-water boy! Ja, das ist Wahnsinn, wie langsam die Maus ist. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Ja, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Thanks for having my back, Cody! All in a day's work for the Cactus man! Haha! Oh! 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 Oh, come on! Oh, come on! Oh! photographed hate the Pflanzen We are in your garden! Ja, but i only know it from above the ground! No, oh! Oh! Dax's hold it now. Oh, fun! Malwurf. 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 Ich glaub die Pfeißen doch eher am nächsten aufeinander. Ich glaub fast die haben so einen Fall. Biii. Was ist das? Hinterteil von einem tausend Füßler. Weiß ich nicht genau. Die sind doch süss. Nervig aber süss. Ich kann's weg. Wir halten doch einfach mal die Fresse. Oh. Blinter Cell. Oh. Oh shit. Ich darf nicht da reinlaufen. Ja. Also. Also ich sag mal. Bani die Blüten wurden nicht umsonst rot gemacht. Rot. 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 Du weißt die einfachen Sachen. Die sind ja eh blind. Schuss. Schuss. Warte. Runter gehen lassen. Ich fühle mich, dass wir ihre Privacy invadenen. Entstanden? Privacy. Wir sind noch am Brief gesessen. Oh. Wir sind noch am dritten Teil. Oh. Oh... Oh. Oh! I'm glad you wanna take care of the garden again. I really wanna get rid of all these pests and infections. He don't belong here. Oh. Oh yeah. Let's keep going then. A blunkhole. Äh. Broccoli. Moos. Ah, hat man schon jeden Fall. Oh, ich versuche es. Sehst du ihn durch, oder was? Ja, du kannst es, glaube ich. Wie gut dieses Game halt einfach ist. Ja, krass. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube auch was. Warte, warte, stimme. Oh, oh. Oh, ich weiß es nicht. Oh, shit. Du musst gerade nicht voll durchziehen, oder was? Du kannst doch nicht. Ah, jetzt kannst du springen. Du musst rüber, auf die andere Seite. Das war knapp. Richtiger Ding, äh, wie Prinz of Persia. Ja, wie viele. Hey, übertreib halt. Ich hab immer gedacht, das sind Einzeltiere. Oh, wir müssen mal verpassen, oder? Oh, das war schwierig. Oh, wir müssen mal vertreib. Oh, hier. Huh, wir müssen gut. Es ist nicht lustig. Wir müssen gleichgültig. Oh, wir müssen jetzt nicht mehr. Oh, wir müssen mal vertreib. Oh, wir müssen machen. Oh, wir müssen schlimmer. Oh, mein Gott. Beặc auf das. was wir machen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh Gott. Indiana Jones wieder. Die Führer. Oh shit. Will ich schon? Ah, tot. Ich auch. Ich habe gerade noch was getrunken. Ja, miss. War eine dumme Idee. Oh. Ich habe halt nicht gesehen, dass es da runter geht. Jetzt spring. Ich muss es klappen. Beheil mich mal. So geil gemacht. Oh Gott. Oh mein Gott. Er wird näher. Oh shit. Nein. Oh, was der fuck? So geil. Ich habe eine Worm. Ich fühle mich wirklich schlecht. Wie lange war eigentlich die Entwicklungszeit? Weiß ich nicht. Zwei Wochen oder so? Ja wahrscheinlich. 14 Minuten. Du treibst jetzt auf. Oh Gott. Mission Impossible. So cool ey. Das ist super. Super 1,2. Wahnsinn. Nein. Nein. Ich muss wieder auspassen, dass man im Charakter so wechselt. Hilfe. 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 Ach ne, das war nicht interne Chance. Oh. Schatz. Er ist geflogen. Er ist geflogen. Run, Boy! Run! Jetzt Martrix. Heu. Heu. Das kann man nicht. Aaaaaah! Er ist schon im Hocken. Vielleicht warten. Hinten am Übergang. Ja. Dass sie zusammenstossen, warten und dann aufspringen. Ah, genau. Nein, du stirbst, glaube ich. Ach so, wir müssen einfach runter. Die Rache der Mahlwürfung. Boah, schöner Frontflip. Zehn von Zehn. Tony Hawk wäre stolz auf uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Italoamerikaner. New York, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Hey, du gehst den schmerzen. Hey, ich bin hier. Hier. New Yorker, like me. Double frog. So, Brooklyn-Akzent, oder? Was? Brooklyn-Akzent. Na, der eine ist Franzose. Ja, der Rechte ist, glaube ich, so ein Italoamerikaner. Mann. Oh, sorry. Ah, namaste. Wahnsinn, schon wieder was Neues. Ui! Boah, springt Grenze hoch, ey. Okay. You see, this bird bull is such a ugly color. You have got no taste. Kein Loch. You see, this bird bull is such a ugly color. You have got no taste. Cool. Nein! Nein! Das zeigt sich ja, die einfachen Aufgaben. No way you didn't plan that. I'm here to get rid of it. I did. Hang on. I'm doing my best. Oh. Rappi. Killin' me. You better be quick about this. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. richtige frosch profis also ich schon ja ich hab kein frosch mehr was hast du siehst das bei mir auch ich hab kein frosch mehr das ist keine ahnung was zerflackert kussback ich krieg das nicht weg jetzt musst du da hin also die werden nacheinander ausgelesen also müssen absteigen ich wusste gar nicht dass ich gestern zum gratifon zugesagt hatte ja hier puti steig auf jetzt auf den gaul ach so ne ne hatte ich nicht ne hatte ich nicht ne warte geht weiter ich bin jetzt auf gas gekommen auf was dieses forum ding auf gar den forum ach so weil gerade jemand hier ist der meinte ich spiele das mit ihm aber ich wusste gar nichts davon ja das ist blöd letztes machen wir die kommst du hier rüber aber lacht im frosch nehmen aber ich komme nicht mehr zurück ja dann bin ich jetzt wieder am anfang ich tippe ja oh mein gott oh man oh man oh man ob es doch erstmal rundherum und dann aber das sieht halt schon so aus jetzt hier geradeaus was ist das ah ich kann drücken oh na du kannst jetzt weg 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 dann hättest du dach aufsteigen müssen aber da hätte ich mich gesehen ja ich habe ich doch ja jen hat mir das gestern erzählen jetzt muss ich gehen oder was nein 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 er war verweht er hatte mich hat er mich gestern gefragt ob ich damit spiele und dann habe ich gesagt ich wurde nicht mehr eingeladen jetzt habe ich ihn selber gefragt weil er gesagt hat dass ich dabei bin ich glaube er hat meinen namen benutzt um andere leute anzuwählen er hat mich begraben er hat mich begraben er ist die gewalt Oh shit! Schmeckenrennen! Geil! Zielen! Ready! Steady! Slow! Tust du eigentlich super langsam! Hä? No! Almost! Wie? Ach komm! Aber wie bewegt man sich? Achso, du musst Schiff aufladen. Drauf bleiben und dann springen. Oh Gott! Ich hab dich! Wirklich? Oh, ich kann nicht mehr Schiff drücken, wie tut der kleine Hand? Irgendwie. Die kleine Hand! Mein kleiner Finger! Was? Die kleine Hand? Warum dreht diese blöde Schnecke sich nicht? Was ist das denn? Du musst umgekehrt! Echt, aber Agatha! Ja! Das will ich nicht nochmal spielen! Das will ich nicht nochmal spielen! Hab's mir fast gedacht! Verpiss dich, du blöde Schnecke! Schnecke! Du hast gewonnen! Das war aber funny! Das stimmt! Vor allem, wir haben extrem wenig Minispiele entdeckt im Fall! Ja, das stimmt! Im Hauptmenü siehst du das... Sweet! That one looks the silliest so far! Ich glaub, du musst ja... Ui! Haha! Jetzt müssen wir... Warte! Ah! Das ist zu hoch, glaub ich... Gelb ist einer! Und das Rote! Oh, schick! Das Blaue brauche ich nicht! Das Blaue brauche ich nicht! Gelb und das Rote! Gelb und das Rote! Oh, schick! Oh, Gott! Ich glaub, hier ist nochmal lang dran! Hmmmm! Also, rot! Gelb, rechts! Blau! Rot! Gelb! Nein! Du hättest doch auf Blau springen können! Ach schon? Ja, ich glaub schon! Ja, ich glaub schon! Äh... Das will ich mir das machen! Super! Oh, Gott! Nee, Blau wird nicht ganz! Nein! Nein! Oh nein, nein, nein! Nicht schon wieder! Sorry! Ey, Brudi! Wenn du kein Bock hast! Nimm nichts mit Bock zu tun! Nimm nichts mit Bock zu tun! Oh mein Gott! Finally, oh Gott! Ja! Ja! Hab schon gedacht, wir sind... Ich hab's gedacht, wir sind gefangen für immer! Ja! All right! All right! You made it! Nice jumping! What? Wrong walk! Wrong walk! Wrong walk! Untertitelung des ZDF, 2020